Guten Tag meine lieben Damen und Herren und willkommen zu einer neuen Folge Battlefield nach einer langen langen Zeit auch mal wieder zusammen mit dem Mad Clan bzw. mit einem Mitglied des Mad Clans und zwar ist das der Jordan. Hallo. Es war 10.000 Jahre drum rum reden. Wir spielen auf der Map Spins und das Ganze ist vorproduziert. Das heißt ich werde nicht auf die Kommentare unter dem Video antworten für die nächsten paar Wochen und ja das ist nicht aktuell. Wenn ich jetzt über ein Thema rede von vor drei Wochen, dann kann das sehr gut sein, weil das Video vorproduziert ist. Weswegen schaut euch das Infovideo an, was vor zwei Wochen kam, dann wisst ihr das. So. Und jetzt zum Gameplay. Was ich hier spiele, ist hier einfach kein. Das habe ich wieder eingesehen. Ähm dazu muss man sagen, ich habe schon sehr lange kein Battlefield mehr gespielt und ich spiele gerade mit der Gorza. Mit der habe ich nur ein bisschen ein bisschen gespielt. Um ein paar Sachen freizuschalten. Jordan sollte eigentlich gleich auch joinen. Ja, ich bin noch wartenschlange, aber immer mit der Ruhe, ne? Immer mit der Ruhe, Brauner. So. Wir wollten das Spiel ja nicht überfordern. Wow. Was war das? Haben uns gegenseitig gekillt. Aber er wird wieder belebt, schwul. Da war es das mit meinem Killstreak. 4-0. Schade. Weil die Gorza ist eigentlich noch ziemlich okay für den Nahkampf, finde ich. Aber auch nur für den Nahkampf, für die Entfernung. Wir sitzen mich am Streuen. Ihr seht, bam, weg. Bam, weg. So. Und da seht ihr, kein einziger Git gelandet. Läuft. Ähm, in meinem Team ist gerade ein Platz frei. Joinst du? Warte. Warte. Position in. Warte ich lange? Nein, ich war's. Auf jeden Fall, ähm. Ich komme gleich. Ah, okay. Die zwei immer noch Position in. 2-1 und dann Premium. Oh, der ist wohl klar, kommt ja. Und welches Spielspiel, let's playst du jetzt? Bisher noch gar keins. Die Abstimmung ist noch nicht vorbei. Also ich bin ja für Jurassic Park oder Jurassic World oder wie das heißt. Ganz ehrlich, ist auch einer meiner Favoriten. Tja. Vor allem, weil das mehr in Richtung Indiana Jones ist und mir das ja damals schon sehr gut gefallen hat. Ja, ne, Indiana Jones richtig geil. Auch Indiana Jones 2. Ja, das habe ich ja gespielt. Das habe ich drei Mal durchgespielt. Ich habe eins und zwei gespielt. Dann habe ich damals noch übel, habe ich das immer auf Nintendo gespielt. Auf der Wii. Ich habe das auf dem PC gespielt, an einer Tastatur mit einem Kollegen immer. Oder halt mit meiner Schwester. Hm. Ja. Nur ich habe mir überlegt, mir vielleicht noch einen Xbox Controller zu kaufen. Ja, habe ich schon. Ja. Ja, ich nicht. Vor allem, für solche Spiele wie GTA oder so. Ja. Ja, ich spiele GTA nicht mit Controller. Ich bin in deinem, äh, deinem Squad sogar. Ja, ich spiele GTA gar nicht mehr mit Patroller, weil... Es ist irgendwie sinnlos, weißt du. Hätte ich jetzt zum Beispiel eine Xbox... Würde ich es mir... Würde ich es eher auf Xbox spielen, weil dann bringt es ja nichts, wenn ich es mir auf PC kaufe. Ja. Dieses Farbschema, ne? Ich hoffe, das stört mich jetzt nicht bei der Aufnahme. Ich habe das noch nicht gehabt und deswegen noch nicht deaktiviert. Das kommt bei mir in letzter Zeit das übelste oft einfach. In der letzten Zocke zwei Minuten später schon wieder Farbschema. Und das ging dann irgendwie fünf Minuten so, Alter. Das hat so abgefuckt. Gefuckt. Ach, lol. Runde ist vorbei. Ich würde mal sagen, wir hängen da noch eine zweite Runde dran. Aber unser Team hat verloren. Aber richtig hoch, du. Scheinst, als wäre ich der einzigste Gute in unserem Team. Ich wurde Promoted auf Level 119. Vielleicht... ich auch, aber ne, glaube ich nicht. Wir fehlen nämlich nur noch sehr wenig. Nee. Zwölf zu fünf. Und das für die erste Runde Battlefield seit langem. Ich würde mal sagen, das ist gelaufen, du. Okay, dann würde ich mal sagen, hängen wir direkt nochmal in der Runde dran. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Rundestart. Ciao. Genau. Und da sind wir in der zweiten Runde. UBZ-95-1 und... ...AN-94. Dann habe ich alle durch. Und das wäre really, really nice, wenn ich... ...weißt du, wenn ich das so... ...schaffen würde. Ja. Komm schon! Ja! Nein! Ich hatte fast gerade den ersten Kill und da war es ein Aces, aber es zählt als Kill, Alter. Also, ja. Schau, aber... Oh! Gott sei Dank geht ja sogar noch einfach. Was? Ha! Ich denke, da spielt jetzt noch Bulldog. Alter, hast du dir immer das andere Team angeguckt? Das ist... ...ein richtiges Team, das ist... ...das ist ein zusammengeworfener Hauf von Noobs. Okay. Stimmt. Deswegen würde es wahrscheinlich auch Geno heißen. Sind alle sehr Low Level, da hast du recht. Ey, und trotzdem bekomme ich keinen, Alter, weißt du, das ist... Ich finde sie nicht, das ist mein Problem. Wir sind bei dieser Ladenstraße unter dieser Brücke, weißt du... ...da stehen die gerade alle im Parkhaus, da auch. Also, ich... ...bekomme sie einfach nicht. Ich sehe sie, aber ich bekomme sie nicht. Weißt du, weil auch irgendwie... ...ja, genau, jetzt habe ich sie nicht gesehen wegen... Nein! Shit, daneben geschossen. Ne, das ist nicht gut angefangen. 2-1 schon. Boah. Man wird hier auch nicht wiederbeleben. Was ist hier der Mist? Wann wird mal gekickt? Bing, Bing? Ich habe keine Ahnung. Wenn es 100 ist, dann... ...hätte ich ein Problem, weil eben war mein Ping bei 100... ...50. Läuft bei dir. Nein, es läuft nicht. Mein Internet geht. Okay, es hüpft bei dir. Hm. Also, ich sehe schon wieder einen Gegner, aber bekomme ich ihn nicht, Alter. Ich dachte erst, weißt du, weil ich die AM94 jetzt so... ...bisschen im Dauerfeuer-Modus gespielt habe, dass sie eigentlich ganz okay wäre, ne? Aber... ...im Seifen-Modus ist die immer noch besser. Oh, Junge! Oh ja, AM94. Ich habe schon wieder ein Battle-Pack für die. Weißt du, wie geil das ist? Die Gegner campen einfach in jeder Ecke rum. Nochmal ein Boost an. Egal, ich habe schon die 2 noch da drin, aber weißt du, was richtig gedillt ist? Ich habe jetzt wieder... ...ein Battle-Pack für die AM. Und ich hoffe, dass ich die mal durch habe. Ich weiß gar nicht, wie viele Sachen mir noch fehlen. Aber ich glaube, so einige waren es noch. Jetzt kann ich ja mal gucken. Bitte Coyote, bitte Coyote. Nein! Ah, ich würde mich so fallen, wenn es ein Coyote geht. Aber... ...Battle-Feed hasst dich halt. Oh, Junge, in meinem Leben geht es gerade echt nicht so besonders toll. Minecraft-Leben geht es nicht gut. 2... ...3... ...4... ...5... ...6. Wir fehlen noch 6 Sachen, das heißt noch 2 Battle-Packs. Schaffen wir das noch heute? Jo, wir schaffen das. Ah, Multi-Kill, aber da kam... Junge, wenn... ...wenn sie da sind, dann sind sie alle auf einmal da. Aber sonst läuft es überhaupt nicht. 6-3, Junge, das... ...das geht nicht. Fürs zweite Mal Battlefield geht das nicht. Aber gehörst du auch zu den Leuten, die total lange einen Shooter an dich spielen... ...und dann meistens beim ersten Mal besser sind, als sie sonst immer sind? Nein. Das ist bei mir so. Wenn ich mich jetzt einspiele und irgendwie so eine halbe Stunde wieder spiele... ...ne, danach... ...hast du keine Chance mehr. Echt? Bei mir ist das so, wenn ich total lange nicht mehr gespielt habe... ...und dann mal wieder spiele, bin ich meistens besser als sonst. Deswegen habe ich das auch direkt aufgenommen. Weil ich sonst wieder alles verkackt hätte. Und ich habe einen Battle-Pack bekommen. Für? Grotzer, ne? Ne, für einen neuen Rang. Mit zwei Dog-Tags. Nice. So. Ich habe schon alle Dog-Tags... Ich habe... Ja, klar. Ich habe natürlich alle, weißt du. Ich habe mir jetzt... Ich warte immer noch auf den Beta... ...für die... ...auf... ...für die... ...auf der Key für die CTE. Sieg, alter mein Deutsch, ne? Als CTE bekommt doch jeder Premium-User. Nö. Ich habe sie nicht bekommen. Ich habe sie sofort bekommen. Hm. Ich muss mir den Key erst mal holen. Aber er ist bis jetzt immer noch nicht... Ja, holen auch. Aber ich habe ihn sofort bekommen. Äh, Premium bekommen den eigentlich... Alter, das ist ein ganz voll komisches Stechchen mit meinem rechten Handgelenk, alter. Alter. Ich verstehe das. Alter, überhaupt gar nicht. Kann man überhaupt gar nichts machen. Ich freue mich schon auf die Community-Map. Ahem. Ha, ich bin wieder new im Namen, weil ich den aufgesetzt habe. Hm? Ah, alter, immer wenn ich meinen linken... Alter, irgendwie... Immer wenn ich meinen... ...linken, ähm... ...Zeitgef... ...also... ...meine rechten Hand, den linken Finger... ...tätige, dann tut meine Hand weh. Okay. Ja. Könnte sein... ...dass du, ähm... ...eine Sehnscheidenentzündung hast. Das hatte ich mal. Eine, nein, nein. Das war... Das hatte ich bisher noch nie. Also, das ist jetzt irgendwie... Jetzt geht's zum Beispiel wieder, aber... Nein. Nein. Also... Ich pack mich gleich an, alter. Du packst dich an. Was heißt das denn? Was? Du packst dich gleich an. Was bedeutet das denn? Kack. Achso. Ja, shit. Mann. Da waren wieder drei auf einmal... ...und ich hab zu früh nachgeladen. Ohhhh. Ich hab irgendwie die ganze Zeit das Gefühl... ...dass ich irgendwie so ne richtig schlechtigkeit hab. Irgendwie so... ...was weiß ich... ...irgendwie so... ...kopfscher, kopfscher, 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 kopfscher. Irgendwie so... ...zwanzig... ...und... ...nein, noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Vorbei. Ich hab den letzten Kill gemacht. Du? Ja. Boah. Kann ich jetzt leider nicht mehr sehen. Aber war ne geile Runde Battlefield 4, die davor auch... ...nicht negativ. Und wie gesagt, ich hab schon sehr lange nicht mehr gespielt. Ähm... Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen nach oben da. Hat der Jordan einen YouTube-Kanal? Nein. Haha. Nicht mehr? Okay, der Jordan hat keinen YouTube-Kanal. Dann ist der unten leider... Ich hab den schon, aber da sind keine Witze drauf. Also... ...leider auch nicht verlinkt. Dann hoffen wir... Ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ciao! Jordan, sag nicht tschüss. Doch, hab ich doch gerade vorbei. Nochmal. Tschüss! Tschüss! Tschüss!